Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wir benutzen ihre Waffen anzunehmen bei Nisha in Sultasa, an dieser Position. Vor Quest-Wav in den Außenbezirken, nehme die Quest hier an. Und nun darf man Waffen der Natseshi sammeln, 10 Stück. Mal schauen, wo es diese gibt. Waffen, Waffen. Man darf Mobs töten, und zwar solche Nagas. Ich glaube, da gibt es mehrere Versionen davon, Nagkämpfer und Kaster, das hier ist ein Kaster-Naga. Und ich glaube, dieser droppt auch diese Items. Da war schon eine Waffe dabei. Wie ihr seht, ist das Quest-Gebiet nicht so groß. Und da vorne sind noch mehr Nagas. Sowohl Millie als auch Kaster-Naga können diese Waffen droppen. Während des Kämpfens der Hinweis, dass ich eine Facebook-Seite habe. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich des Softwaren, was ich Quad aufnehme, oder was als nächstes ansteht. Oder auch was vom PTF noch nicht funktioniert. Und Quad habt ihr was gesehen? Irgendein Mob kann mehr als nur eine Waffe droppen. Ich habe zwei Mobs getötet gehabt. Und es gab zwei Waffen. Es sei denn, die Schnecke hatte auch eine Waffe dabei. Was ich aber bezweifle. Hier habe ich auch zwei Waffen. Da habe ich allerdings zwei Mobs getötet. Zwei, drei Kaster-Mobs. Was gibt es hier noch? Ein Minimob und ein paar Mövlogs. Da ist auch ein Minimob. Aber, mal schauen, was noch so herumquicht. Da ist nicht viel. Da sind nur Mövlogs. Okay. Dann muss ich mich wohl mit den Kaster-Mobs begnügen. Oder dem Minimob hier. Und dem Minimob da. Zwei Minimob. Minimob sind mir lieber. Also, laut Tool-Tipp hier, können die Mövlogs keine Waffen droppen. Mal schauen, ob es hier auch mehr als zwei Waffen gibt. Bin mal gespannt. Mehr als zwei Waffen. Es waren drei Waffen. Gut. Quest ist bereit zur Abgabe. Wunderbar. Bin auch schon gleich da. So. Quest ist abzugeben. Bei Nisha. In Sul da Sar. An dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch dafür auch hier so einen Abonnier-Knopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. Aizoke Ende.